Guten Morgen, Julia. Hallo Swisscom. Wir haben ein paar Fragen zu Social Media. Ja, frag mal. Zuerst mal, was machst du als erstes, wenn du aufstehst? Meistens aufs Handy schauen. Und als letztes, bevor du ins Bett gehst? Leider auch meistens aufs Handy schauen. Okay, wer nicht. Wie erstellet ihr eigentlich euren Social Media Content? Meistens filmen wir uns gegenseitig im Park. Teilweise hat es auch Fotografen. Aber das meiste machen wir eigentlich selber mit dem Handy. Okay, ganz ehrlich. Was ist das wahrste Klischee über Friesgier? Ich glaube, das wahrste ist, dass jeder auf seine Art speziell ist. Und jeder will einfach das machen, worauf er Lust hat. Und das unwahrste? Oh, da gibt es viel. Dass alle so faul sind und kiffen. Und das stimmt überhaupt nicht. Und dass niemand wirklich trainiert. Und was würdest du gerne mal posten? Mich mit einer Goldmedaille an einem grossen Event. Auf welcher Social-App surfst du am liebsten? Instagram. Wieso denn? Ich finde es am einfachsten, um dort Sachen hochladen. Du kannst Storys machen, aber wenn du etwas Cooles hast, das du länger aufhaken möchtest, kannst du auch im Feed posten. Wie wichtig ist Social Media für so eine Athletenkarriere? Ja, bei uns ist es langsam recht wichtig geworden. Du kannst eigentlich auch recht gute Sponsoren kriegen, wenn du einfach gut auf Social Media bist und dich dort gut verkaufst. Und darum ist es bei uns ein grosser Teil geworden. Apropos Sponsor, welches ist dein Favorit? Das ist doch klar. Ihr liebe Swisscom, dank eurem Netz für die Schweiz bin ich bereit, von überall zu posten und Videochatten. Wow, das ist jetzt mega überraschend und spontan gekommen. Merci. Wir haben eine Überraschung für dich. Eine Racing Drohne. Bist du ready fürs Training? Nice. Let's go. Zeig mal den besten Shot dieser Session. Der steht auf meiner Insta-Story. Ah, cool. Dann schaue ich dort. Uh, nice. Was ist jetzt an und so für Social Media Athletinnen und Athleten? Ich weiss nicht, ob ich hier die richtige Person bin, um zu fragen, aber ich kenne jemanden, der es sicher weiss. Ich rufe ihn kurz an. Ja, eh. Hey, Andri. Swisscom will gerne wissen, was am wichtigsten auf Social Media ist. Sicher wichtig ist, dass deine Posts und Videos kreativ sind, dass sie sich abheben zu den anderen Profilen. Und danach ist auch noch mega wichtig, dass du deine Zielgruppen gut kennst und weisst, was sie sehen wollen. Und am allerwichtigsten, damit du richtig gross auf Social Media wirst, ist konstant. Es heißt, dass du jede Woche sicher ein Video oder ein Foto überladest. Okay, danke vielmals. Tschüss. Tschüss. Okay, der weiss wirklich Bescheid. Ja, das weiss er. Und weisst du, was mache ich am liebsten nach einem langen Tag Training? Äh, nein. Stellst du jetzt dort Fragen? Chillen. Okay, ich habe es verstanden. Merci, schönen Abend. Ciao, Julia. Tschüss.